So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps, ich hab's mal wieder geschafft, mir ein bisschen Zeit frei zu schaufeln. Vielleicht krieg ich's in der Aufnahmesession durch. Ich würde so gerne schon mit Theotika anfangen und das ist das große Problem gerade. Ich will das Spiel jetzt natürlich deswegen nicht durchhetzen. Aber vielleicht gehen wir nicht ganz auf die 100%. Ähm, obwohl wir schon echt viel haben. Also eigentlich fehlt nicht mehr viel. Gut, ich würde aber auf jeden Fall sagen, wir gehen erstmal ins finale Gebiet und gucken uns da jetzt um. Es ist beim letzten Mal einfach abgestürzt. Ich weiß nicht ganz, äh, wo wir aufgehört haben. Aber wir haben auf jeden Fall einen Erfolg freigeschaltet. Mächtig. Okay. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich weiß halt auch nicht mehr, wo ich jetzt genau scha- Habe ich jetzt hier zum Beispiel alles gemacht? Habe ich hier alles gemacht oder fehlt noch? Okay. Zehn Gorleck Erz fehlen noch. Ne, sieben fehlen noch. Ich hab, ich hab drei, sieben fehlen noch. Dann haben wir das hier vollständig. Okay. Okay. Ähm. Ich hab, glaub ich, massig Waffen das letzte Mal gekauft. Kann das... Kann das sein? Oh, guck mal hier. Direkt hier ist noch so ein Ding. Das hab ich nie geholt. Okay, das holen wir uns jetzt aber wirklich schnell. Also, das holen wir uns jetzt aber wirklich... Ich mein, das ist ein Lebensding. Das, das brauch ich ja auch. Ja, da müssen wir schon schnell hingehen. Da müssen wir schon wirklich schnell hingehen. So. Habe ich hier alles gekauft aktuell? Ich hab aber auch nicht viel Geld. Ich hab aber auch nicht viel Geld. Hier haben wir alles, haben wir auch alles... Ah, ich hab nicht alles geupgradet, aber das brauch ich auch nicht. Also, das würde mich doch wundern, wenn man das machen müsste. Weil da sind so viele Dinger dabei, die ich einfach nicht nutzen würde. So. Juckt nicht. Ich glaub, das muss ich nicht machen. Ich hoff's jetzt einfach mal. So. Gott, wie war denn die Steuerung? Äh. Nee. Wie konnte ich da oben ran? Ah, das war, das war, das war die Taste. Okay. Gut, 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 gut. Oh Gott, ich muss das hören. Ah, es ist schon wieder ein bisschen her. Ne? Ah, wie, wie komm ich da hoch? Ähm. Was hab ich getan? Was hab ich, was hab ich gerade auf meinen Tasten? Moment. Oh, ich steche ihn jetzt nochmal ein. Nee. 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 Da. Oh Gott, ich hab, äh, Hilfe. Die Geistekugel, die fühl mich an. Ach, Hilfe, was ist denn das hier alles? Das hier hätte ich gerne. Das hier hätte ich gerne. Und halt den normalen Angriff, ne? Haben wir jetzt eh. Okay, so. Jetzt muss ich aber trotzdem wieder rauskriegen, wie ich mich da oben ran gehangen habe. Ähm. Nee, die, die Taste war's nicht. Oh mein Gott, ich, äh, welche Taste war das denn? Nein. Hä? Hä? Wie heckt man sich da ran? Bin ich doof? War das nicht die Taste hier? Nee, die war's nicht. Ah, hier. Okay. Oh Gott. Das hat ja an sich, das ist so eine eingängliche Steuerung, ne? Und trotzdem macht man dann so einen Blödsinn. Bin ich richtig? Nein. Natürlich nicht. Gehen wir nicht auf den Keks. Okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir, jetzt sind wir richtig. Hier hoch muss ich. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Hier irgendwo muss jetzt so ein Ding sein, ja? Ja, tatsächlich, hier irgendwo muss so ein Ding sein. Das haben wir gemacht. Oder? Ja, das haben wir gemacht, das leuchtet, das haben wir gemacht. Und was wir nicht gemacht haben, ist da rüber zu gehen, scheinbar. Ah, ja, nice. Cool. So, okay. Eine fehlt noch, dann haben wir alle vollständig. Wo ist die denn? Wo ist die letzte? Die müsste doch auf der Karte... Ah, die ist bestimmt in dem Gebiet, ne? Ja. Ja, ja, hier ist sie. Hier ist sie. Okay, die ist im finalen Gebiet. Das heißt, jetzt können wir aber wirklich ins finale Gebiet, ja? Sehe ich das richtig? Zeigt es mir doch irgendwo was ganz Wichtiges an? Äh, lol. Da wollte ich zum Schluss hin. Da wollte ich zum Schluss hin, dann ist es abgestürzt. Das war hier richtig? Ich glaube, das war genau die. Hä, dann gibt es ja doch noch mehr wie zwei. Ich bin verwirrt, egal. Macht gar nichts. So, erstmal speichern. Dass das auch nicht nochmal abstürzt. Und dann ganz fix. Finde ich richtig? Geht es hier hoch? Yes. Hä, was habe ich denn da übersehen? Ich glaube nicht, dass ich von der Seite reinkomme. Ich glaube, ich muss da von unten irgendwie rein. Hallo? Was... Was ist passiert? Au. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Yes. Okay. Okay. I see you. I see you Spiel. Aber was war das gerade für eine komische Schwarzüberblende? Man weiß es nicht. So, gleich speichern. Okay, sehr gut. Done. Haben wir jetzt noch... Also, diese ganzen Knubbel hier, die interessieren mich jetzt gerade herzlich wenig. Das ist halt das, was auf die 100% wahrscheinlich pro Gebiet fehlt. Ach, Mann. Hä, hier ist noch eine? Ach so, dann fehlen... Ah, es fehlen nicht zwei so Zellen. Es fehlen... Ja, doch, ich verstehe. Zwei so Dinge ergeben ja eine Zelle. Und es fehlen zwei Zellen, also fehlen vier Stück. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Nein. Bin ich richtig? Yes. Ah, da oben. Okay, alles klar. Ähm... Na. Oh, Bruder. Das war nicht so gut. Ah, dann muss ich das wahrscheinlich über den Kollegen machen, oder wie? Kannst du schießen? Nee. Kannst du mal einen Abflug machen, weil du störst nur. Mit dir muss ich das machen. Komm mal mit. Ach, den muss ich sogar da reinpfeffern. Oder? Ja, den muss ich da reinpfeffern. Oha, lol. Ja, den muss ich da oben rein... Oha. Na, Mann. Lol, das ist ja gar nicht so einfach. Okay, komm her. Treffer versenkt. Ah, jetzt muss ich nur noch hochkommen. Ach, Mann. Hätten wir... Also, wenn ich... Wenn ich andersrum gehen würde, käme ich wahrscheinlich auch hoch. Aber jetzt machen wir es halt so. So. Zack. Nice. Speichern. Okay. Sehr schön. Prima. Gut. So. Jetzt sind hier aber auch nur noch solche Knubbel übrig. Die interessieren mich jetzt herzlich wenig. Hier ist noch ein Gorlekerz. Ja, leckt mich doch fett. Also, die Dinger muss ich schon sammeln. So, Theoteka hin oder her. Die Dinger muss ich sammeln. Ich lade ja dafür heute schon ein Video hoch, wie ich Theoteka unboxe. Also, ich habe ja diese Collectors Box mir gekauft. Ah, hier waren wir noch nie drin. Ja, das ergibt Sinn. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Okay. Nice. So, wo wollen wir denn hin? Ähm. Ah ja, okay. Okay, wenn wir aber schon hier sind, nehmen wir den Knubbel da oben natürlich noch mit. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir den Knubbel da oben natürlich noch mit. Das ist ja mal ganz klar. Äh. Oh. Das ist noch eins höher. Okay. Äh, wait, aber äh. Ah, hier komme ich hoch. Ja, 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 ja. Da oben habe ich was verpasst. Hätte ich das schon holen können, weil da war ich doch schon ewig her, dass wir hier waren. Äh. Hä? Wie komme ich an dich hier ran? Lol. Okay. Hätte ich holen können schon längst, aber habe ich nicht gesehen, dass man da runter kann. Gut. Gut, 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 gut. So, zack. Okay. So. Dann haben wir jetzt im Brunnenquell aber wirklich alles. Okay. Also, bis auf die zwei Dinge da, aber... Und das Ding. Okay. Ähm. Wie gesagt, die... Also, die 100% hier, das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Was ich aber halt haben möchte, ist, sind natürlich die... Die Collectibles. Weil das ist ja nur Geld. So, das... Das zählt zwar zu den 100% für die Karte, aber macht hoffentlich im Spiel jetzt nichts aus, wenn man das nicht sammelt. Das hier will ich... TF. Ich habe in dem Eisgebiet drei Gorlikerz nicht mitgenommen. Willst du mich veralbern? Okay, wo sind die denn? Direkt hier drüben. Okay. Na, das klappt hier wieder alles super hier. Nein, nicht noch weiter runter. Oh, come on. Ich will doch nur möglichst schnell darüber. Wäre das... Wäre das in Ordnung? Mann. So. Nummer eins. Dann hier... Okay, hier hoch hier die zwei einfach mitnehmen. Okay. Aber war ich... War ich... Also, wieso habe ich die nicht gesehen? Wieso habe ich die nie gesehen? Oder ich habe sie gesehen und nicht realisiert? Ich habe keine Ahnung. Bin ich jetzt richtig? Ja, genau da ist es. Aber hier muss ich gewesen sein. Hier ist ja auch so ein Topf. Guck mal, da ist es. Ach, das ist wieder so ein Runterfall. Ah, ja. Ich sehe immer die Dinge nicht, wo ich mich einfach droppen kann. Das sehe ich immer nicht. Aber ja, ergibt Sinn. Und der Letzte ist einfach da drüben in dem großen Bereich. Okay, alles klar. Der Letzte ist einfach da drüben in dem großen Bereich. Da bin ich jetzt aber wieder gespannt, wie ich das übersehen konnte. Ah, ja, moin. Ja, moin. Von welcher Seite komme ich da hin? Wahrscheinlich von der. Ja, 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 ja. Ja. Und dann schweben wir jetzt rüber. Easy. Sehr schön. Okay, dann haben wir die drei jetzt auch geholt. So. Dann fehlen jetzt noch drei Gorlekerz. Eins. Zwei. Drei. Yes. Es fehlt noch eine Energiezelle. Also ein Knubbel. Eins. Und ansonsten haben wir alles, ne? Hier haben wir alle eingesammelt. Genau. Hier unten eine 19 von 20. Da fehlt noch dieses eine Ding. Hier fehlen noch drei Stück. Dann haben wir alle Collectibles. Dann haben wir alle Collectibles. Okay. Hier drüben fehlt noch was. Ach ja. Die Kromshandarbeit, das letzte Stück. Und hier fehlt noch was. Irgendeine Quest fehlt noch, oder wie? Oder ist es die Hauptquelle? Ist es nicht die Hauptquest? Das hier ist doch die Hauptquest. Das hier ist irgendeine Nebenquest. Ach, vielleicht er hier. Dass das auch als Quest zählt. Okay. Wie auch immer. Wir können ins finale Gebiet. Auf geht's. Auf geht's. Oder die Dinge alle einsammeln gebrauchen. Ist auch eine eigene Quest. Ich weiß es nicht. Ist es auch egal. Ich glaube eher, das ist das hier. Ja, Wiederaufbau der Lichtung wird wahrscheinlich als eigene Quest gezählt. Genau. Ja, aber dafür brauchen wir die Gorle Gerts. Also das ergibt sich ja zusammen. Gut. Dann. Hier geht's hoch. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Wir sind jetzt 20 Minuten drin. Bisschen kann man noch reingehen in die neue Ebene. In das letzte Gebiet des Spiels. Wohin wir ja schon gesehen haben, dass sich Dings verzogen hat. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt es, Viech? Wie heißt es, Viech? Ich hab den Namen vergessen. Ach, komm schon. Bring Serre zur Geisterweide zurück. Ja, da wollen wir hin. Zur Geisterweide. Ich hab trotzdem den Namen vergessen. Von unserem Gegner. Ich komm nicht drauf. Egal. Er wird gleich wieder fallen. Bestimmt begegnen wir ihr gleich nochmal hier irgendwo. Schriek. Da ist es mir eingefallen. Der Trauerkamm. Okay. Also viel zu sammeln. Und eine neue Fähigkeit fehlt uns auch noch. Kriegen wir hier auch noch zusammen. Also, da passiert noch eine ganze Menge. Hier passiert noch eine richtig riesige Menge. Okay, ich darf da nicht runter. Okay, da ist ein Schalter. Das ist ein Aufzug. Okay. Auf, nach oben. Das ist bestimmt so ein Kampfaufzug. Ja, ja. War klar. Alter. Hier. Nimm dies. Okay. Sobald die den Aufzug beschweren, geht's nicht weiter. Ich verstehe. Ah, ist jetzt kein sonderlich schwieriger Kampf. Und tschüss. Aber wir sind ja auch schon richtig mächtig mittlerweile. Also, uh. Ah, da geht was. Da geht so richtig was. Okay. Und du machst jetzt einen Abflug, oder wie? Oder du bleibst... Okay, da bleibt er einfach stecken. Da drüben ist aber... Äh... What now? Ach, das führt mich wieder nach unten. Ah, das ist okay. Das ist der Gang nach unten. Und hier geht's jetzt aber richtig rein. Okay. Au. Oh, Laser. Mein Lieblings... Element im Spiel. Was ist du denn? Oh, du bist auch ein Laser. Oh mein Gott. Bewegbare Hilfe. Wie soll ich mich denn hier manövrieren? Aua. Aua. Was tue ich hier? Ich könnte mir vorstellen, dass die neue Fähigkeit... Ah, vielleicht ist es... Ich hab ja gesagt, ich bräuchte noch sowas wie eine Screw-Attack, dass ich einfach unendlich viel springen kann. Vielleicht kriege ich ja sowas hier. Geht diese Minen-Dinger... Sind echt kritisch. Wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen sollte man die eigentlich abschießen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Egal. Aber wir müssten gleich bei dem Baum sein, ne? Bei unserer neuen Fäh... Ja, moin! Habe ich doch gesagt. Let's go! Was ist unsere letzte Fähigkeit? Du hast eine Fähigkeit... Okay, das ist nicht, was ich gedacht habe, aber auch interessant. Das ist, dass ich vom Boden aus... Ne, Z... Was war's? Z... Ich hab's... Hä? Ich hab's nicht richtig gelesen. Sorry, ich muss das nochmal richtig lesen. Wo ist meine Fähigkeit? Äh, wo sind meine Fähigkeiten? Nee. 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 Ah, wo kann ich meine Fähigkeiten nochmal lesen? Hier? Ah, ich hab's nicht richtig gelesen, da. Äh. Weil das ist... Also das ist... Das ich jetzt praktisch so hoch schießen kann. Ich hab schon verstanden, was ich tun soll. Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie ich's mache. Aber wo kann ich jetzt nochmal das nachlesen? Ähm. Ähm. Hier sind die Geistersplatte. Das sind nicht meine Fähigkeiten. Hier ist Inventar, aber das sind halt auch keine Fähigkeiten, ne? Ah. Ah, verflucht. Kann ich irgendwo Fähigkeiten nachlesen? Muss doch gehen. Alter, da drüben sind sie. So, ich seh die Symbole. Ich seh die Symbole, aber ich komm nicht hin. Geisterprüfungen, Zeitprüfungen, Erinnerungen. Ah, es sind auch keine Fähigkeiten, die erklärt werden. Nee. Optionen. Steuerung. Ach, das ist... Das ist so ein Ding. Ich muss das ausrüsten. Ups. Ah. Deswegen konnte das nicht funktionieren. Aber dafür muss ich stehen. Okay, ich muss dafür stehen. Das geht nicht aus dem Stand geht's nicht. Also aus der Luft geht's nicht. Okay. Verstanden. Aber von der Wand aus geht's schon? Okay, von der Wand aus geht's schon. Nice. Aber ich muss in die andere Richtung zurück. Das hier war nur Bonus. den ich nicht mehr brauche. I see. Ah, und jetzt kann ich hier rein. War das auch nur Bonus? Mann, ich... Ich glaube, ich muss mir mal Dings ausrüsten. Pfeil und Bogen, dass ich die Dinger abschießen kann. Ach, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich gerade das rausgenommen. Hier fehlt noch eine Fähigkeit übrigens. Muss ich die noch kaufen? Habe ich die noch nicht gekauft? Habe ich eine Fähigkeit noch nicht gekauft? In meinem Dorf? Komm, ich... Konnte ich mir die noch nicht leisten. Das könnte nämlich gut sein. Da ist das Gorlek-Erz. Sehr schön. Oh, Bruder. Oh, das geht doch aus der Luft. Das geht doch aus der Luft. Ja, crazy. Das geht doch. Okay, nice. Und jetzt kann ich nämlich dann hier hoch. Jawoll. Oh, ich dachte, ich kann das stoppen, wann das losgeht. Nein. Ah, Hilfe. Ich muss da hoch. Okay. Ah, nee. Stopp. Ich bin falsch. Was tue ich? Hilfe. Nicht da hin. So, hier hin. War da drüben irgendwas, dass es da hoch geht? Nee. Hier haben wir... Okay, sehr schön. Dann haben wir den Teil jetzt schon weg. Und dann ist hier das Ziel, die Trauerweide. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Bereich hier nochmal so ein letzter Dungeon daneben ist. Ja, ich kann schon nicht mehr springen. Das heißt, es kommt gleich eine Sequenz. Das heißt, wir haben Sairi hierher gebracht. Ja, da ist nämlich der Dungeon. Da ist dann nämlich der Eingang zum Dungeon. Okay. Okay. Dann rein da. Als das Ende näher rückte, führten alle Pfade zur Geisterweide. Gänsehaut. Gänsehaut. Die kommen auch noch. Das Ende der Weide. Oh. Der Verfall. Ja, let's go. Ja, genau. Jetzt sind wir nämlich hier. Und da geht es jetzt Stück für Stück hoch. Und das sind jetzt irgendwelche Sachen. Wir werden gleich rausfinden, was das ist, was ich da einsammeln kann. Ah, das sind wahrscheinlich Sachen, die ich kaputt machen muss. Das sind bestimmt alles so Verfalldinger, die ich zerstören muss. So wird es sein. Okay. Wir sind im großen Finale und jetzt holen wir uns als erstes die letzte Energiekugel. Wenn ich da schon hinkommen sollte. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ich dafür irgendwie in diesem Schlons schwimmen muss, aber vielleicht auch nicht. Mein Gott. Mein Gott. Bin ich richtig? Bei dem Schlons... Hier drüben ist es. Ah, da drüben ist es. Mist. Mist. Okay, da drüben war es. Oh. Okay, ich muss... Ah, siehste? Wie ich es mir gedacht habe. Ich muss das erst wahrscheinlich reinigen. Scheiße. Ich muss das erst reinigen. Ah, Mist. Halt, ich wollte nicht wieder raus. Okay. Die Frage ist dann, wo fangen wir an mit dem Reine? Also ich wollte eigentlich mal hier hingucken, was das ist, aber ich komme da scheinbar noch nicht hin. Wobei... Ich bin jetzt ja auch eigentlich auf der Höhe. Ah, das ist da oben. Hast du gesehen? Das ist genau das, was ich meinte. Das ist so ein... So ein Zeug, das muss ich kaputt machen. Wie ich es mir gedacht habe. Und dann bin ich doch hier richtig. Mist. Dann bin ich doch hier... Oh, mein Bruder. Dann bin ich doch hier richtig. Nein! Bruder, hoch da, hoch da. Ja? Nein. Ja. Kurz heilen. Sehr schön. Aua. Ja, wir kommen jetzt glaube ich genau dorthin. Ja, genau. Und das muss ich kaputt machen. Und davon muss ich ganz viel finden. Alles klar. Sehr cool. Okay, dann haben wir den ersten Ding schon gefunden. Da kommen wir noch nicht hin. Weil das Wasser noch vergiftet ist. Okay. Das wollte ich nicht. Ja, aber dann kennen wir unsere Mission. Wir wissen, was zu tun ist. Dann würde ich sagen, packen wir das im nächsten Part an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt.